Wir bedanken uns heute bei unserer Nummer 80, bei Yannick. Yannick, heute waren wir nicht die bessere Mannschaft, oder? Ja, ich glaube, wir haben gekämpft, wir haben ein super Spiel gezeigt, machen dann den einen oder anderen Fehler zu viel. Dem bestraft Flensburg dann mit einfachen Toren. Ich glaube, es war der kleine Unterschied heute. Dieses Jahr sind wir echt einfach froh, wenn die Saison vorbei ist, oder? Ja, wir haben noch einige Spiele vor uns. Wir kämpfen auf jeden Fall bis zum Ende. Heute war Flensburg die bessere Mannschaft. In der nächsten Saison wollen wir da oben auch wieder angreifen. Alles klar, danke. Yannick Holbacher.